Und damit, ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen vorreichen Folge Freitag der 13. Es geht weiter. Oh Gott, was bin ich... So. Erstmal barrikadieren wir uns. Und am 4. Oktober kommt der Overwatch 2 kostenlos heraus, habe ich erfahren. Das werde ich anspielen. Also auf der Playstation kostenlos. Aber ich glaube, ich habe sogar gesagt kostenlos, ich weiß nicht mehr. Und das werde ich dann testen, anspielen. Wie immer. Wie ich es immer mache, ich spiele für euch an. Und ja, guck noch, ob ich vielleicht ein paar Folgen mache, wie hier bei Freitag der 13. Er ist nachgeguckt, gut das Spiel ist und danach... Oh. Ich werde es auf der Song of Human als Playlist geladen. Okay. Ghost Rider redet. Okay. Oh, eine Karte, endlich! Jemand ist beim Haupthaus. Okay, alright. Gott. Das war's. Hier ist noch ne Karte, hier ist nix, hier ist nix, hier ist auch nichts. Oh, noch ne Mal, Alter, hier sind so viele Machitten. Machhitta. Oh, dieser Killer kriegt's auch nix ganz gebacken, ne? No. No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Wer ist das? Oh mein Gott, er kann nicht sehen. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Ist das eine Person? Ja, das ist Person. Ah, oh Gott. Ich gehe hier weg. Warum habe ich mir diese Arbeit ausgesucht? Warum? Habe ich mir dann die Arbeit ausgesucht? 4 Minuten überleben. Das war also ein Gesch... Ach, Mia. Ja. 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 Oh, still okay. Komm mal da hin und warte bis die Polizei da ist. Oh, wait. Ich habe mich jetzt erst mal für drei Minuten versteckt und wie geht's? Oh Gott. Du überlebt. Gutes Deutsch, muss ich echt sagen. Du überlebt, du gestorben. Ja, Mann. Ermordet am Leben, am Leben, am Leben, am Leben, am Leben. Und ich spiele den hässigsten Charakter, den man haben kann. Charakter. Und Harriken. Den hässigen Fettsack mit der Brille. Tut mir leid. Falls es echt so Leute gibt, aber es tut mir wirklich leid. Den als Charakter zu haben, der sieht einfach nur komisch aus. Okay? Versteht mich nicht fein. Ja, geil. Okay, ich wechsle kurz den Überlebenden, weil der hier ist mir einfach zu hässlich. Wir sind aber mal wieder sie. Seit langer Zeit will ich mal wieder sie spielen. Der nächste krieg ich jetzt. Was ist denn? Dann krieg ich die Stufe 31er Jason und dann den Stufe 13er. Okay, diesen Jason bin ich noch nie gespielt. Hamachata. Demachete. Hallo. Oh, der Host kann aussuchen, was wir hier machen. Ich bin mir leid, ich hab gerade auf mein Weiner hingeschaut drauf gehauen, weil... Tja. Hat nen Grund. Higgins Häfen. Den Ort, den wir erst das zweite Mal jetzt haben. Glaub ich. Ja, ich spiele mal zwei Runden mit der gleichen Gruppe. Dann endet das Video und dann guckt er mal so... Bei mir ist es normal, falls ich mich fragt, ne? schwer mir... Du bist jetzt filter Owen! Das geht endlich mal los. Ich kann es helfen. Aha, ist ein bisschen laut. Blutübersehender Jason. Oh Gott, was soll ich machen? Das ist jetzt der schrägste Klitsch mehr Back. Okay, der macht das jetzt. Hör auf, zu heulen. Es ist doch nur Jason. Was ist daran so schlimm? Oh Gott. Ja, und ich krieg ne Wachata als Waffe. Zange. Oh, ich hab keinen Bock auf Zangen. Jetzt nur die nächstbeschissen Sache. Wisst ihr was? Ich halt mal lieber manchmal meine Klappe. Weil manchmal kriegen wir auch geile Sachen hier in so einem Gebäude. Und falls euch das Spiel nicht Spaß macht, ne? Könnt ihr euch gerne auch an die Frau Speed und so angucken. Ja, die Frau Speed kriegt auch noch sein Ende. Es ist ja nur so eine Zwischensache, die ich ja auch aufnehme. Und Elden Ring kommt ja auch nochmal wieder. Für jetzt erstmal nicht. Ey, was stimmt hier nicht, ne? Wir leben doch noch alle. Ohne Sicherung. Ja, die könnten wir gut gebrauchen. Wenn wir einen Sicherungsteil finden, ne? Na komm, Autoschüssel brauchen wir ja nicht. Man kann einfach die Zeit überleben. Totschlagen. Hm. Hm. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Was ist das? 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht mehr Mia. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. K Essens. Oh Gott. Tief Luft, Mann. 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 Was ist das? Damn it! No! No, 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 no... DERISION! AHHHHH! AHHHHH! Sie haben uns gerade alle umgebracht innerhalb ein paar Minuten Digga Fuck my life der hat uns gerade alle umgebracht Digga Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Oh man Oh mein Gott Ja was soll man dazu sagen Ich kann sich dazu gerade gar nichts sagen Alter Digga der hat uns Ne Ne Ok Leute das war's mit dem Video Friday the 13 bis zum nächsten Mal Haut rein und tschüss